so schon sind wir wieder zurück und ich versuche jetzt trotzdem mal auch ohne die offend den bild für t3 oder t16 zusammenzubauen denn dann könnte man den ring hier nehmen das wäre gar nicht so doof wenn nämlich die nämlich raus so quatsch erst mal erstmal will ich den abspeichern hier genau speichern geister okay dann nehmen wir hier wie gesagt den regen mit rein Lassen das so, nehmen die mit hinzu, achja, Gag Ring, hab ich hier im Cube, kriegen ja leere auch, ja ja, das ist Quatsch, Gag Ring habe ich nicht in Uralt, da haben wir dort 630, so, ähm, Tazka und Theos bräuchte ich noch, die sind auch uraltgeilerweise, Kälte habe ich, bleibe ich, lasse ich so und ich brauche den Ernte, habe ich ein Ingium, ich hoffe, dass ich ein Ingium im Cube habe, ne, ich hoffe, dass ich ein Ingium im Cube habe, ja, sehr gut, da, äh, weiß ich gar nicht, was hat er denn im Cube, nennen wir Siss, und hier, nehmen wir Ring des Großmannes, dann, die haben wir ja, die können wir so, so lassen, da brauchen wir Vitalität weg, und Crit drauf, okay, den Ring haben wir auch, den, machen wir den Sockel weg, Rechenschaden, hm, Prozent Schaden wäre irgendwie cooler, aber nicht 6, das Ding ist auch richtig scheiße gerollt, ne, so niedrigen, uralten, ne, so niedrigen, uralten, ne, eine, so, so, ist klar, dann geht's an die Skillung ran, da müssen wir mal gucken, da müssen wir mal gucken, hier, hier, Heimsuchung haben wir gelassen, auf jeden Fall die Garx mit rein, Sichtum, ja, 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 okay, können wir so machen, Entrückung, lassen wir auch so, um schneller zu sein, erster Speerfeuer nehmen wir raus, nehmen wir, ähm, Entsetzen mit rein, da gibt's doch auch, Legos Geschwindigkeit, Piranhas, hier raus, dafür Hunde mit rein, ich habe jetzt nicht den, den Ring, aber das ist jetzt gar nicht so doof, dann haben wir hier, ähm, Moment mal kurz gucken, da, genau, den raus, den mit rein, auf jeden Fall, den auch mit drin, den nehmen wir raus, den mit rein, und hier, Midnight Feast, denn, das ist jetzt ein, Pet-Bild, mit den Garx, und den Hunden, ob das jetzt reicht, so, ja, als Mojo, kann ich jetzt auch noch was anderes nehmen, das ist halt nicht uralt, das ist kacke, das ist halt nur Hendrix uralt, ist auch nicht so schlimm, Henrichs zu nehmen, okay, und ich habe keine, ähm, keine Firewalker, das ist auch noch etwas, was fehlt, in uralt, aber, man könnte ja hier erstmal speichern, Lone Pad, ja, mal gucken, ob es funktioniert, sind auch T15, ne, ja, wie viel Maschinen habe ich denn hier, kann ich gleich mal gucken, ob ich da, 3, 3, 2, immer mal in Akt 3 und 4, irgendwie, so, ja, noch nicht, so, ja, 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 Okay, ist halt irgendwie umbildet, ne? Hm. Als Passiv, ja, ja, das, ja, ja, mir fehlt halt ein Passiv noch. Das ist hier dieses, ähm, Friedenskirchen. Das ist hier. Ein Passiv fehlt mir halt, ich hab kein uraltes Amulet. Das ist das Blöde dabei. Ne, hab ich nicht. Jetzt hab ich hier überall drei. Ja, könnte man auch mal machen, über, ne? Alexa, aus! Hm. Denn jetzt, ähm, kommt gleich auf dem normalen Server das, ähm, Herausforderungsgut. Ja, aber ein Überran machen wir hier noch. Oh. Hm. Nein! Oh, die Kölzer wollten doch gerade zum Dingens gehen. Hm, noch nicht so das wahre. Da, da. Das war's. Nein. Oh du hast keinen Teos cool Ah, das ging jetzt besser. ich gehe in die stadt zurück ich gehe in die stadt zurück nein soll ich doch hier hinten bleiben ich gehe in die stadt zurück jetzt ist es gleich interessant aber man merkt, dass die Fetische doch ein bisschen Schaden machen ich gehe in die stadt zurück nein, wieso bleibe ich denn da stehen? verdammte Axt das nehmen wir mal raus und machen das kurz so ich gehe in die stadt zurück so ich gehe in die Stadt zurück ich gehe in die Schaden und schaden hier ich gehe in die Stadt zurück ich gehe in die Stadt zurück sehr gut er war jeden mal bei drei von vier einmal drauf und gucken was wir so haben ja für negro sehr schön genau seelen habe ich eigentlich genug zum glück brauche ich dafür keine atem ich glaube ich dafür von egal gucken kälte und stammes riten schon mal scheiß und nicht weil jüdisch entrüstung zombie meister ist auch kack kriegt flächenschaden opportunisten auch kacke eigentlich die schrauben das ist so aber die könnte physisch und drauf aber zombie meister ist halt so kacke meister ist so bedingungsloser gehorsam genau den bräuchte ich eigentlich noch mit drin also jetzt machen wir den erstmal wieder raus und den mit rein obwohl zum speeden ist das besser kombi meister da es ist halt quatsch gerade ja gut jetzt gleich erstmal herausforderungs portal auf normalen server auf live server quasi und dann mal gucken ob ich das weiter mache oder nicht schaue mal fragen sorgen nöt anträge sonst wie immer in die comments rein und dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal